Schalom zusammen, es wird mal wieder Zeit, einen Blick hinter die Kulissen der okkulten Unterhaltungsindustrie zu werfen, vor allem was die Filmindustrie betrifft. Dabei geht es um den Film Die Truman Show aus dem Jahr 1998 mit Jim Carrey. Schauen wir uns zunächst einmal die Handlung des Films im Überblick an. So wird berichtet, Truman hat das Baby von seiner Firma adoptieren lassen und eigen Seahaven, eine von Wasser umgebende Küstenstadt, unter einer riesigen Kuppel. Hier wächst Truman auf, umgeben von Schauspielern, täglich beobachtet von über 5000 Kameras. Truman lebt also 24 Stunden am Tag in einer Art Big Brother Show und das schon sein ganzes Leben lang. So verrückt dies auch klingen mag, so könnte ich mir so eine TV-Show durchaus in naher Zukunft vorstellen, da wir leider in einer sehr, sehr verrückten Welt leben. Christoph ist der Schöpfer dieser Sendung, der in der Tat alles im Überblick und im Griff hat. Im Film wird Christoph von einem Journalisten folgendes gefragt. Christoph, ich möchte Sie fragen, was ist für Sie der Grund dafür, dass es Truman bisher niemals gelungen ist, die wahre Beschaffenheit der Welt, in der er lebt, zu entdecken? Und Christoph antwortet, wir akzeptieren die Realität der Welt, wie sie uns dargeboten wird, so einfach ist das. So ist es auch heutzutage bei vielen Menschen, die den Medien und Politikern blind vertrauen und nicht bereit sind, ihr eigenes Weltbild in Frage zu stellen, so wie es bei Truman der Fall ist. Doch dann geschah folgendes. Nach über 29 Jahren, am Tag 10909, wird Truman langsam misstrauisch, als versehentlich ein Scheinwerfer, der einen Stern darstellen sollte, direkt vor ihm zu Boden fällt. Truman misstraut seinem Weltbild also erst, als ein Stern auf die Erde fällt, der im Film den Namen Sirius trägt, der bekanntlich der hellste Stern am Nachthimmel ist. In der Bibel, zum Beispiel in Offenbarung 1, Vers 20, werden Sterne auch mit Engel in Verbindung gebracht, weswegen dieser helle Sirius-Stern für den Glanzstern Lucifer steht, denn in Jesaja 14, Vers 12 heißt es, Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Und auch Jesus sagte in Lukas 10, Vers 18, Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan, wie einen Blitz, vom Himmel fallen. Als Truman ins Auto steigt, hört man schließlich aus dem Radio die Worte, und wieder mal ein schöner Tag im Paradies. Sea Haven stellt also das Paradies dar, und in der Tat ist es in dieser Stadt sehr friedlich und harmonisch, da Christoph, der Schöpfer der Serie, Jesus Christus verkörpern soll, während Lorraine eine Frau ist, in die sich Truman verliebt, und die ihnen den Ausgang aus diesem Paradies zeigen will, weswegen Lorraine den Satan darstellt. An einer Stelle des Films schaut Lorraine zu Truman, und während im Hintergrund auf einem Plakat G. Kämpfe steht, sehen wir auf der Uniform von Truman, dass Norden darauf geschrieben steht. Kommt uns das nicht bekannt vor? Schauen wir uns den Fall Satans bzw. Lucifers nochmal genauer an. Denn in Jesaja 14 heißt es ab Vers 12 und darüber hinaus, Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, Ich will zum Himmel empor steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch kommen wir zurück zu Truman, dessen Leben im Paradies maßgeblich von den Entscheidungen seines Schöpfers Christoph abhängig ist, der allerdings eine liebevolle Beziehung zu Truman pflegt, und im Film zu Truman Folgendes sagte. Da draußen findest du nicht mehr Wahrheit als in der Welt, die ich für dich geschaffen habe. Dieselben Lügen, derselbe Betrug. Aber in meiner Welt hast du nichts zu befürchten. Ich kenne dich besser als du dich selbst. Ich beobachte dich schon dein ganzes Leben lang. Ich habe gesehen, wie du geboren wurdest. Außerhalb des Paradieses gibt es also Lügen und Betrug. Doch in der Welt, die Christoph für Truman erschuf, hat Truman, also der wahre Mensch, nicht zu befürchten. In der Tat kennt auch Christus uns besser als wir uns selbst, dem falls alles beobachtet und mit unserem Leben vertraut ist. Eines Tages nahm sich Truman ein Boot, um Sea Haven zu verlassen, und zwar mit einem Boot namens Santa Maria, also Heilige Maria, während wir auf der Flagge des Bootes die Zahl 139 wiederfinden, und zwar nicht ohne Grund. Denn im Psalm 139 steht ab Vers 1 geschrieben, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Von allen Seiten umgibst du mich, wie mit Kameras, und hältst deine Hand über mir, wie Christoph. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. So wie Christoph Truman seit der Geburt kannte und im Blick hat, so schaut auch Gott vom Himmel herab, der uns schon kannte, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Doch schauen wir uns mal an, wie der Film schließlich endet. Denken wir daran, dass Christoph, also Christus, und Lorraine, also Satan, um die Seele von Truman kämpfen, der sich nun also auf dem Boot befindet, um Sea Haven, also das Paradies, zu verlassen. So wird über die weitere Handlung des Films Folgendes berichtet. Truman versucht, aus dieser Welt, deren künstlichen Charakter er mehr und mehr erkennt, auszubrechen. Christoph, der in einem Studio, im nachgebauten Mond, über der Stadt, über alle Kamerabewegungen und Einstellungen wacht, erscheint als eine gottähnliche Figur, die über das Schicksal von Truman wacht und ihn beobachtet. Nachdem er vergeblich versucht hat, Truman durch einen künstlich erzeugten Sturm zum Kentern zu bringen, spricht er zu Truman und beschwert ihn, in Sea Haven zu bleiben, da die Welt außerhalb seiner abgeschämten und friedlichen Welt grausam und hart sei. Schließlich hat Christoph den Sturm wieder beruhigt, so wie es auch Christus getan hat. In Markus 4, Vers 39 heißt es, Und er stand auf, nämlich Jesus, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Doch kommen wir zurück zum Film. Truman muss sich also zwischen Christoph und Lorraine entscheiden. Christoph will, dass Truman im Paradies bleibt, doch Lorraine will ihn sozusagen aus diesem Paradies befreien. Truman kommt schließlich am Ziel seiner Bootsfahrt an, also am Ausgang, und er wählt und entscheidet sich dafür, durch den Ausgang zu gehen, um das Paradies und auch Christoph zu verlassen. Für die normalen Zuschauer, sage ich mal, kommt es wie ein Happy End rüber, denn schließlich hat Truman sich für die Liebe zu Lorraine entschieden, doch in Wahrheit hat er sich gegen Christoph und für Satan entschieden und das Paradies verlassen. Kommen wir damit von diesem Film zurück in die wahre Realität, denn die einzige Tür, die zum ewigen Leben und ins Paradies führt, heißt Jesus Christus. In Johannes 10 sagte Jesus ab Vers 9, Der freie Wille ist, so wie das Leben an sich, ein Geschenk, weswegen sich jeder Mensch für Christus und das Paradies entscheiden kann oder eben auch dagegen. Adam und Eva waren sicher nicht erfreut, den Garten Eden verlassen zu müssen, weswegen wir uns freuen sollten, eines Tages, so Gott will, das Paradies Gottes betreten zu dürfen. Christoph sagte im Film außerdem über Truman, Wenn er, nämlich Truman, wirklich im Innersten entschlossen wäre, die Wahrheit herauszufinden, könnten wir das unmöglich verhindern. Nun, die Wahrheit ist heute ein sehr dehnbarer Begriff. Ein Christ glaubt an eine andere Wahrheit in Bezug auf das Gottesbild als zum Beispiel ein Moslem oder ein Buddhist, doch jeder kann die Wahrheit über Gott herausfinden, denn Jesus sagte in Johannes 8, Vers 32 und in Kapitel 14, Vers 6, Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Einige Menschen kennen noch nicht diese Tür der Wahrheit, die ins Reich Gottes führt, andere Menschen interessieren sich auch gar nicht für diese Tür, und andere Menschen wiederum lehnen sich sogar entschieden gegen diese Tür auf, die uns durch Jesus Christus geöffnet wurde, weil viele Menschen die Wahrheit nicht vertragen können. Die Wahrheit über das Paradies auf der neuen Erde und dem neuen Himmel Schauen wir uns mal im Buch der Offenbarung an, wo in Kapitel 21, Abvers 1 geschrieben steht, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und zwar nach dem tausendjährigen Königreich auf dieser Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das erste ist vergangen. Die Tür ins Reich Gottes und zum ewigen Leben wurde durch Jesus Christus geöffnet, doch durchgehen muss man selbst, weswegen ich dafür bete, dass mehr Menschen den Weg zu dieser Tür finden und ebenfalls durchgehen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, und das wahr ist und bleibt der Sohn des Allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen. Amen.